In Excel gibt es nicht nur Formeln, sondern auch Funktionen. Eine Funktion beinhaltet praktisch Formeln und kürzt die Eingabe ab. Wenn ich jetzt also hier diese drei Werte zusammenrechne, dann als Formel gesehen würde ich rechnen, ist gleich a2 plus a3 plus a4. Das Ganze ist ziemlich umständlich einzugeben. Man könnte jetzt also auch eine Funktion verwenden, ist gleich Summe. Dann Klammer auf und ich muss den Bereich kennzeichnen. Hier könnte ich natürlich wieder jede Zelle einzeln eingeben und mit einem Semikolon trennen. Besser ist es allerdings hier mit der Maus einfach drüber zu ziehen, dann wird ein Bereich gekennzeichnet. Das sieht man auch hier. Jetzt steht hier a2, Doppelpunkt a4. Wir erinnern uns, der Doppelpunkt steht nicht für ein Geteiltzeichen, sondern für einen Bereich. Und hiermit wäre dann also diese Funktion fertig. Kommt ebenfalls 60 raus. Wenn ich übrigens die Formel anzeigen möchte, brauche ich hier so eine Hochklammer. Und dann wird diese Formel auch in dieser Zelle angezeigt. Und man sieht jetzt hier schön den Unterschied. Hier sage ich, ist gleich a2, a3, a4. Und hier oben einfach Summe. Bei diesen drei Zellen würde das also fast keinen Unterschied machen, was man jetzt genau verwendet. Aber wenn man dann mal eine ganze Spalte oder mehrere Bereiche zusammenrechnet, ist natürlich hier diese Funktion besser. Hier gibt es noch andere Funktionen, wie zum Beispiel der Mittelwert. Also wieder ist gleich Mittelwert. Und die Vorgehensweise ist wieder gleich. Wieder Klammer auf, einen Bereich markieren, Klammer zu. Und dann hat man hier den Mittelwert von diesen Werten hier. Wenn ich dieses jetzt als Formel eingeben hätte wollen, muss ich erst die nächste erklären. Hier sagt man, ist gleich Anzahl. Und hier wird einfach nur die Zelle gezählt, wo etwas drin steht. Wenn ich jetzt also hier diese 10 rauslösche, dann habe ich das Ergebnis 2. So sieht die Formel aus. Das bedeutet, ich hätte also hier bei, statt der Funktion Mittelwert eingeben müssen, wenn ich es als Formel eingebe, ist gleich, Klammer auf, diese drei Zellen. Halt, das ist immer zu viel. Geteilt durch. Und dann habe ich ja eigentlich schon eine Mischung wieder, Anzahl. Diese drei Zellen. Und dann käme ich hier ebenfalls auf die 20. Nur etwas umständlicher. Gut, wir haben hier noch zwei weitere Funktionen, Minimum und Maximum herausfinden. Das ist natürlich jetzt hier bei drei Werten ganz einfach. Hier ist es 30. Aber wie gesagt, bei einer großen Spalte hat diese Funktion hier schon seinen Vorteil. Und das gleiche in die andere Richtung. Ist gleich Minimum, Klammer auf, Bereich markieren und Klammer zu. Und der kleinste Wert wird hier ausgegeben. Die Formel sieht dann so aus. Ist gleich Min. Es ist auch egal, ob man es jetzt groß oder klein schreibt. Wenn man die Enter-Taste betätigt, dann wird es automatisch groß formatiert. Das ist einfach nicht versen. Ja, das ist einfach nicht versen. Wenn man die Ask-Taste betätigt, dann wird es dann gutliert. Bis dann wieder hier ein paar Euro, bei einer großen Spalte, dann wird es ja noch so aus. Und dann wird es auch nur ein paar Euro. Und dann wird es auch eine Ausatmutter. Und dann wird es ja auch noch etwas anderes. Und dann wird es ja nicht gesungen, bei der Daten-Taste jahres. Und dann wird es ja noch mehr als die Artikel-Taste.